Hallo und herzlich Willkommen zurück zu EU. Ja, ich habe meinen Kaffee neben mir stehen, den leckeren Bio-Kaffee und ich bin noch guten Mutes. Ich habe zwar nur fast vier Stunden geschlafen heute Nacht, also ich weiß noch nicht, was dabei rumkommt, aber ich möchte mit euch nochmal Level 21 probieren. Warum gehst du raus, wenn ich auf Level 21 drücke? Hallo? Ich drücke die gleiche Taste wie eben, aber jetzt geht er rein und eben geht er raus. Na gut, ich meine, das Spiel kann ja machen, was es will. Also, wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal an. Ah, durch die Wolken zu springen fühlt sich gut an, oder? Ja, das stimmt, da das Gehen auf Wolken absolut normal ist. Und diese Windstürme? Wind, einen Körper aus massivem Metall in die Luft bringen? Wie? Weil ich es so konzipiert habe. Ja, sicher. Okay, nächste Frage. Warum sieht dieser Wald im Vergleich zum Raumschiff so anders aus? Dieses Spiel ist aus mehreren alten Spielen entstanden, die ich online gefunden habe. Ich wollte einfach nicht, dass so viele schöne Ideen verloren gehen, also habe ich sie gesammelt. Und dann habe ich diese alten, vergessenen Spiele zu einem neuen Spiel kombiniert. Ich bin ein Retter, wenn du so willst. Der Gott der vergessenen Spiele. Eher ein Dieb. Gut, eine Frage habe ich noch an dich. Ich erinnere mich an zahlreiche Bildschirme im Raumschiff, aber keiner von ihnen zeigte etwas außer ein paar Texte. Was zum Teufel sollte das? Oh, äh, ignoriere das. Was? Warum? Komm schon, sag es mir. Äh, gut. Das Spiel war ursprünglich als Mobile-Spiel gedacht. Damit wollte ich das Spiel finanzieren. Zufrieden? Das ist In-Game-Werbung. Auch ich muss schließlich essen. Also wollte ich etwas Geld mit Anzeigen verdienen. Verurteile mich nicht. Du wolltest also, dass ich mir die ganze Zeit irgendeinen Scheiß ansehe, damit du königlich dinieren kannst? Ist das dein Ernst, Money Boy? Am Ende fühlte ich mich sogar nicht mehr wohl damit. Scheiß auf diese beschissene Werbung. Deshalb habe ich das Spiel auf Steam veröffentlicht. Kaufen, um zu spielen. Das ist fair. Der heilige Samariter hat gesprochen. Lass es. Du musst mir noch deinen persönlichen Eindruck von dem Spiel mitteilen. Nö. Scheißkerl. Okay. Das war jetzt mal ein geiler Dialog. Ich glaube, den hatten wir uns vorher noch nie angeguckt. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Oh ja, aber ich kann mich noch... Nein, nein, nein. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich noch daran erinnern an diese miesen Wolken. Blieb die bestehen? Das sieht so aus. Was ist mit dir? Bleibst du? Aber du gehst weg, okay. Nein, nicht da... Nein! Oh, die geht auch weg. Die geht auch weg. Sag mir das doch einer. Mein Gott. Jetzt muss ich noch mal gucken. Moment, da ist Angreifen und da Blocken. Genau, ich vertue mich irgendwie mal mit den Seiten. Wenn ich mal wieder was länger nicht gespielt habe. So, wir müssen jetzt erstmal runter. Rechts ist ein Fähnchen. Aber ich glaube, wir mussten erstmal nach links, wenn ich mich richtig erinnere. Na, 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 na. Uh. Hä? Was war denn das für eine Aktion hier? Ich steche die ab und die... Beim Abstechen fliegt die einfach... Also stößt die mich einfach so weg? Was ist das denn? Ja, 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 ja. Ja, an die Fallen kann ich mich auch noch erinnern. So. So. Und... Zack. Achso, die brauchen wir jetzt nicht. Aber die brauchen wir wahrscheinlich sehr schnell wieder. Oh mein Gott. Oh. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wo wir hin müssen. Aber ich hoffe... Ich hoffe, die Wolke bleibt bestehen. So. Nein. Mein Gott. Die bleiben, oder? Sieht zumindest so aus. So. Jetzt haben wir hier schon mal einen Schalter umgelegt. Oh. Hei, 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 hei. Oh. Ihr bleibt hier. Oh. Hallo, Frau Wolke. So. Wo machen wir die? Uh. Wie war das jetzt? Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht. Nein. Nein. Oh. Oh. Nein. Oh. Was war das? Ach, das ist dieses, diese komische Ding da. Oh nein. Hier kann ich nicht rum, oder? Das ist ein Wasserfall. Aber ich glaube, ich habe jetzt herausgefunden, wo das Ziel ist. Kann das sein? Ähm. Huh. Wo kamen die denn jetzt alle her? Hallo? Geht's noch? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal nach rechts. Ah, nee, hier ist das Ziel. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt aber auf der Seite alles. Uppala. Ah, nee, den haben wir auch. Okay. Oh, je, je. Okay, an dieses blöde Ding. An dieses blöde Ding erinnere ich mich noch. Nein. Aber es funktioniert jetzt. Ich will jetzt nichts hervorrufen. Es funktioniert jetzt auf jeden Fall besser. Nein. Selbstmord. Ja, es funktioniert besser. Und schwupps. Schon war ich tot. Ich dachte, da war noch eins. Aber gut. Nein, ich höre schon wieder im Hintergrund. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ich sehe nicht, wenn das Ding auf mich schießt. Schießt doch gerade nicht auf mich. Es schießt auf meinen Aufzug. Das ist noch okay. Nein. Halt. Bleib hier. Nein. Oh. Oh, je, 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 je. Nein, nein. Den nehmen wir noch. Ja. Ich will jetzt hier lieber auf Nummer sicher gehen gerade. Da haben wir jetzt auch noch was umgestellt. Ich glaube, das war es auch. Rechts konnte man sonst nichts mehr machen. Okay. Wow. Nein. Oh. Ich hasse diese Stelle. Habe ich das schon mal gesagt? Äh. So. So. Da gehen wir einfach runter. Oder wir gehen nicht runter. Wir werden hier. Äh. Ja. 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 Okay. Äh. Hoppala. Wie soll man das denn sonst machen hier? Ähm. Hallöchen. Wo kommt ihr her? Geht's noch? Äh. Oh Gott. Ist das euer Ernst jetzt hier? Muss ich hier überhaupt rum? Weil eigentlich ist doch links das Ziel, oder? Oh ja. Da ist noch ein Knopf. Okay. Und da ist noch mal so ein... Äh. Wie soll ich denn da hochkommen? Hallo? Oh. Oh Gott. Muss ich da rechts rum? Oh Leute. Ganz ehrlich. Oh. Ihr macht mich wahnsinnig. Oh. Hoho. Ja. Ich muss da rum. Okay. Ich muss da rum. Scheiße. Oh. Hoho. So. Oh. Nein. 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 Ihr könnt mich doch mal. Ich will ja nichts sagen, aber wir sind immerhin schon mal ein bisschen weitergekommen als sonst. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Hm. Vielleicht ist das jetzt so die Power, die ich brauche. Oh Gott. Jetzt müssen wir alles nochmal neu machen, oder? Ist das euer Ernst? Alles neu? Ich kenne das nur, alles neu macht der Mai. Nein. Warum habe ich jetzt auf Dings gedrückt? Auf Springen gedrückt, anstatt auf Angreifen. Ich bin so doof manchmal. Wo kommst du jetzt her? Hallo? Hey, wo kam die denn jetzt her? Komm. Komm wieder runter. So ist brav. Oh. Okay. Nein. Wart auf mich. Oh Gott. Jetzt muss ich die ganze Misten mal von vorne machen. Nein. Oh. Mein Gott. Das ist heute nicht mein Tag. Ei, 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 ei. Oh. Bleib. Warte auf mich. So ist brav. Oh. Ich kriege hier halbe Herzattacken bei dem Spiel. Also. Wenn ich ein schwaches Herz hätte, ich wüsste nie, was ich hier machen sollte. Ganz ehrlich. So. Moment. Da warten wir jetzt mal eben. So. Dann müssen wir jetzt runter. weiter. Muss das jetzt hier gerade jetzt so dunkel werden? Ist das euer Ernst? Äh. Okay. Ja. Durch dieses blöde Gewitter sehe ich nichts. Da gehe ich dann doch lieber auf Nummer sicher. Okay. Uh. So. Machen wir es so. Aber die Wespe ist jetzt weg. Hä? Ähm. Ich wollte gerade sagen, ich würde aber gerne wissen, was das jetzt ist. Wupp. So. Wow. Aber dann hätte ich doch theoretisch auch einfach ins Ziel laufen können, oder nicht? Oh. Wenn wir hier durch das Wasser durch können. Ich bin mir nicht sicher. Wow. Willst du mich hier veräppeln? Oh Gott. Nein. Och, komm. Das ist so dieser Moment, wo ich am liebsten meinen Controller gegen die Wand werfen würde. Also sinnbildlich gesehen, ne? Ich liebe meinen Controller. Ich würde den niemals irgendwo gegenwerfen. Nein! Ja, aber eigentlich viel haben wir nicht gemacht, oder? Ich meine gut, wir könnten jetzt theoretisch die ganzen Dinger verwenden. Wobei ich jetzt am überlegen bin, was wir jetzt eher brauchen. Also links, das brauchen wir für... Ne, das rechts steht das jetzt. Ach ne, kann ich... Hä? Moment. Ach ne, das ist das, was ich hier im Level gesammelt habe. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich noch 52 von den Dingern? Ähm, ich mache das einmal, aber mit denen, von denen brauche ich ja nicht so viele. Ich mache das einmal und wenn das nicht funktioniert, dann, ähm, ja, mache ich nochmal einen kompletten Neustart. Weil so viel ist es eigentlich nicht bis dahin. Oh! Willst du mich schweipeln? Was ist das für eine Wespe hier? Boah! Hallo? Geht das noch? Jetzt hört aber alles auf hier. So langsam werde ich ein bisschen genervt. Also... Uh! Was erlauben sich die Wespen heutzutage eigentlich? So. Oh! Wo ist der? Oh! Nein! Doch! Ja! Oh! Pfff! Och, mein Gott. So, wieso bleibt der eigentlich immer stehen, wenn ich den mittreffe? Egal. Herzattacke Nummer 1. Überlebt. Okay. Nein, 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 das machen wir anders. So war das nicht geplant, aber so geht's auch. So. Uh! Boom! Ah, nein! Uff! Ich glaube, ich kann nicht vom Fall ansterben, oder wie war das? Äh, nein! Och! Wie war das mit, ich kann nicht vom Fallschaden sterben? Jetzt müssen wir die ganze Scheiße hier nochmal von vorne machen. Aber ich sehe es auch nicht ein, da jetzt so viel auszugeben, weil ich muss das dringend sparen für andere Sachen. Äh, die geht weg, die nicht. Oh! Oh, das war die falsche. Hilfe! Ich habe mich so drauf verlassen. Hilfe! Äh. Muss ich den ganzen Mist auf der linken Seite nochmal machen? Oh, nee. Fupp. Ihr seid weg. Ihr seid weg. Aua, aua. Aua, aua. Ich bin weg. Oh, jetzt kam die Wespe, die sonst nicht mehr kam. Oh, ich kriege hier die Krise. Ah, muss ich echt aufpassen, wenn ich zurückkomme. Oh, die, die. Oh, guten Tag, meine Freunde. Äh. So, darum. Oh, Leute. Ernsthaft jetzt? So, die bleiben, oder? Zumindest bei der sieht das so aus. Okay. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das war hier. Ah, das war das mit der Falle. Aha. Nein. Nein. Kannst du einfach mal runter? Hallo? Ach, da ist so ein blödes... Okay, verstehe. Hab ich mich erschrocken. So, ich werde das jetzt mal hier nicht aktivieren. Sondern. Ich bin auch, ja. Sondern werde erst mal... Warum habe ich extra das Schild draußen, wenn das dann sowieso nicht... Sondern werde erst mal hier... Oh, ich habe nur noch anderthalb Leben. Oh, das war nicht so gut. Oh, das war nicht gut. Wieso habe ich jetzt nur noch ein halbes Leben? Hä? Hallo? Woran ist denn jetzt das eine Leben weggegangen? Ja, ihr könnt mich doch mal. Hä? Toll. Oh. Ja, ich habe immer die falschen Wolken im Kopf irgendwie. Ich weiß auch nicht. Oh. Kommt die jetzt oder geht die jetzt? Kann die sich mal entscheiden, die Wolke? Oder die bleibt, ne? Ja. Okay. So. Wir kämpfen weiter. Wir fehlen die ganze Zeit. Aber wir kämpfen weiter. Toll. Muss in dem Moment jetzt das Schild weggehen. Wollt ihr mich jetzt hier... Okay. So. Die bleibt, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Und die gehen weg. Okay. Ja, genau. Macht das in dem Moment, wo ich gerade drauf springe. Wobei das mit den Wolken eigentlich das kleinste Problem ist. Hätte ich nicht sagen sollen. Ich weiß. Die eine West-Barbie auf jeden Fall ist kaputt gemacht. Das ist schon mal gut. Was ist mit euch? Ihr bleibt? Zumindest bleibst du. So. Die untere. Muss ich jetzt mal drauf achten, weil die geht nämlich auch weg. Das heißt, wir müssen hier hin. So. Dann. Machen wir hier nochmal so ein Blätterteil. Dann müssen wir auf jeden Fall runter. So. Vielleicht sollten wir das Fähnchen doch jetzt machen. Ich wollte es zwar erst machen, wenn alles fertig ist, aber naja. Es bringt mir nichts, wenn ich dann gar nicht mehr weiterkomme. Also immer wieder von vorne machen muss. So. Hallöchen. Lalalala. Ah ja, doch. Da muss ich hin. Nein, wieso habe ich hin? Ich wollte eigentlich springen. Aber gut, so geht es auch. Oh mein Gott. Oh, ich habe mal alle erwischt. So. Ganz ruhig. Also es tut mir leid, aber ich muss mich gerade so ein bisschen konzentrieren. Ich bin jetzt gerade mal ganz ruhig. Oh, da ist die Vespa wieder. Nein, da ist die Vespa wieder. Nein. Nein. Zweimal kam die jetzt mindestens nicht. Und jetzt, wo ich darauf eingestellt war, dass die nicht mehr kommt. Jetzt muss die kommen, ja? Ja? Euer Ernst? Oh Gott. Oh Gott. Oh. Er kommt schon. Oh, da geht ja was rein. Muss das so schnell sein. Kann ich jetzt vielleicht nochmal das Ding drücken? Oh. Oh. Äh. Okay. Aber wie komme ich jetzt? Muss doch irgendwie jetzt hier unten reinkommen. Das ist das, was ich nicht verstehe. Soll ich jetzt zurück? Soll ich jetzt nach vorne? Oh. Oh. Kommt ja auch wieder ein neuer. Soll ich hier vielleicht rum? Moment. Da ist tatsächlich was. Aber. Oh. Aber die Frage ist. Oh. 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 Hier war ich noch nie. Tut mir das nicht an? Oh. Oh. Ja. Mist. Okay. Ich hoffe, ich muss oben rechts jetzt nicht rum. Äh. Was ist denn das da unten? Was ist denn das da unten? Geht das dann kaputt? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder müssen wir doch oben rechts rum? Ich hoffe nicht. Ne, aber da ist nur das mit der Schraube, oder? Ich habe doch keine Schraube locker, dass ich da freiwillig hingehe. Aber ich habe jetzt hier einen Schalter gedrückt. Oh Gott. Nein. Oh. Okay. Und jetzt? Ja, jetzt steht da runter. Das ist immer noch. Äh. Aber da bin ich doch kaputt. Wie soll ich denn hier weitermachen? Och, kommt Leute. Jetzt habe ich das so schön gemacht und habe einen Schalter gedrückt und alles. Und jetzt komme ich hier nicht weiter. Ich bin ich euer Ernst jetzt. Ich komme ja jetzt so auch nicht da hoch. Oder ist da über mir noch irgendwas? Ja, da ist was, aber da komme ich nicht hoch. Da komme ich... Da komme ich doch nicht rüber. Ne, da komme ich nicht hoch. Hä? Und da ist halt das mit den... mit den Dingern. Okay. Ja, also da ist definitiv nichts. Keine Ahnung. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, wo ich jetzt wie ins Ziel komme. Wir sind schon ein ganzes, ganzes Stück weiter gekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir da rum sollen. Also wir sind im Wasser nach unten. Das war das Letzte, wo halt grüne Pfeile waren. Aber nachdem wir den Schalter gemacht haben, kamen wir ja jetzt nicht weiter. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, wenn ich jetzt nochmal alles von vorne anfange, ich sehe da ja auch nichts. Das setzt mich wirklich vor einem Rätsel. Ich hatte immer gedacht, wir müssten nur nach unten irgendwie, aber wir können den Wasserfall ja am Ende auch nicht wieder nach oben kommen. So wie ich das mitbekommen habe. Das Problem ist ja, genau unter dem Fähnchen ist das Ziel. Wenn wir irgendwie da unten hinkommen würden. Oder anders gesagt, wieder nach oben kommen würden. Aber wir kamen ja nicht mehr hoch. Das war jetzt das Problem. Da war jetzt kein Aufzug und nichts. Und da war jetzt auch nichts, was uns irgendwie nach oben mit dem Wind tragen konnte oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Also ich werde diese Aufnahme mal hochladen, nochmal so als Zwischenstand. Und wir sind ja jetzt doch schon ein ganzes Stück weiter gekommen, was wir vorher nicht gehabt haben. Deswegen, also das ist auch der einzige Grund, weshalb ich das dann im Endeffekt hochladen werde. Damit ihr auf jeden Fall sehen könnt, wie es dann nochmal weitergeht. Ich werde mir das Ganze dann auch nochmal genau angucken und gucken, ob es da vielleicht irgendeine Möglichkeit gibt, wieder hochzukommen. Aber ich hätte jetzt, ich wüsste jetzt nicht wo, bin ich jetzt ganz ehrlich. Weil der Wasserfall, da kamen wir ja nicht nach links rüber. Und ich denke mal, nachdem wir jetzt den Knopf gedrückt haben, könnten wir theoretisch nach links. Aber das Problem ist ja, wir kommen nicht mehr nach links. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, da hochzukommen. Wenn wir jetzt tatsächlich hier die, diese Dinger, wo ich jetzt kaputt gegangen bin, was ich auch noch kaputt gemacht habe. Wenn wir die jetzt kaputt machen und uns dann nach rechts durcharbeiten, ob wir dann vielleicht auf eine Höhe kommen, dass wir wieder nach oben kommen. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt schon eine halbe Stunde gespielt. Und ja, es wird einfach zu lange für eine Folge. Deswegen werde ich mal schauen. Ich werde das auf jeden Fall aufnehmen, noch ein paar Mal probieren. Und sollte ich da wirklich dann weiterkommen, dann gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid. Beziehungsweise dann lade ich auf jeden Fall das Video hoch. Und ich bin echt mal gespannt, ob das vielleicht noch die einzige Möglichkeit ist, die ich jetzt hier sehe, dass wir nach rechts oben müssen. Also da, wo wir jetzt kaputt gegangen sind, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wir werden es hoffentlich in der nächsten Folge herausfinden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.